Zu unserem Burger brauchen wir natürlich auch eine schöne leckere Soße und da haben wir uns eine Apfel-Senfsoße ausgedacht. Dann nehmen wir zuerst Äpfel natürlich, die werden geschält. Die Äpfel, die wir hier verwenden, die bekommen wir auch von unserem Gemüsebauern. Die sind noch von einer Streuobstwiese, die man hier im Spreewald noch findet. Das ist ein etwas säuerlicher Apfel, aber dadurch, dass da noch Zucker und andere Gewürze wieder dazukommen, passt der eigentlich ganz gut für unsere Soße. Dann wird das Ganze geviertelt. Färben das Kerngehäuse noch. So, und dann wird das Ganze in Würfel geschnitten. So, dann brauchen wir noch Zwiebeln dazu, die werden auch in Würfel geschnitten. Und aus diesen Zutaten stemmen wir jetzt unsere Senfsoße her. Dann setzen wir erstmal einen Topf auf, geben etwas Zucker hinein und lassen den leicht karamellisieren. Wenn der Zucker zu schmelzen beginnt, so wie jetzt, kommen die Apfelwürfel dazu. Und die Zwiebeln. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, aber der Zucker, der wird schon braun. Und den kann man, wer möchte, mit etwas Portwein erstmal ablöschen. Das, wer keinen Alkohol mag, lässt ihn weg, aber das ist eigentlich kein Problem. Dadurch, dass das nochmal stark einkocht, verfliegt der Alkohol eigentlich. Und das hat eigentlich einen ganz guten Geschmack mit dem Portwein. Und dazu auch nochmal etwas Apfelsaft. Der kommt übrigens auch aus einer regionalen Mosterei hier, die Mosterei Young, die uns beliefert und sehr gute Säfte macht. So, und das Ganze muss jetzt einkochen. So, das ist jetzt fast runtergekocht. Aber da das ja eine Senfsoße werden soll, fehlt natürlich der Senf noch. Dann nehmen wir den Bautzner Senf, der aus der Oberlausitz ja kommt und hier viel verwendet wird. Das ist ein schöner mittelscharfer Senf. So, lassen alles zusammen nochmal aufköcheln. So, das einmal aufgekocht hat. Dann nehmen wir uns einen Pürierstab und machen die Soße praktisch fertig. So, das war es dann auch gewesen. Dann haben wir unsere Senfsoße fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de So, das war es dann auch. Untertitelung des ZDF, 2020